Hallo Leute, hier sind wir wieder von der Adfolix und heute wollen wir euch die perfekte Montage von der FX Clear zeigen. Bevor wir anfangen, einige Besonderheiten von der Folie. Wie ihr sehen könnt, hat die Folie zwei Laschen, eine obere gelaserte mit einer Gravur und eine untene, die sogenannte Finishing Lasche. Und bevor wir anfangen, einfach kurz einmal die Finishing Lasche mit der Produktschutzfolie ein Stück weit anheben. Bevor wir aber anfangen, reinigen wir einmal das Display gründlich von Fusseln und Staubkörnern. Und falls ihr irgendwo gröbere Staubkörner seht, einfach den Staubentferner nehmen, kurz auf das Display andrücken und den Staub so schonungslos vom Display entfernen. Kommen wir jetzt zu der eigentlichen Montage. Dazu nehmt ihr die obere gelaserte Lasche, klappt die um, so ungefähr dass ein Drittel von der Klebefläche frei sind. Und positioniert die dann über die Aussparungen auf eurem Gerät. Einmal fixieren und an der Lasche die Trägerfolie entfernen. Falls ihr noch irgendwo irgendwelche Blasen sehen solltet, nehmt ihr einfach den Rakel, umwickelt ihn mit einem Mikrofasertuch und schiebt die Blase an den Rand. So, jetzt sind wir auch schon am letzten Schritt. Dazu nehmt ihr dann die Finishing-Lasche und zieht die Produktschutzfolie vorsichtig ab. Die ist blau. Und dann wären wir schon fertig. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war es schon mit der FX Clear Montage. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Gebt uns einfach einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal. Tschüss! 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 Tschüss!